Der Tag der offenen Tür bei der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrup-Harchim und Umgebung begann mit Trommelrhythmen. In der Geschäftsstelle wurde an diesem Tag auch eine Ausstellung von Rheingart Neumann eröffnet. Als Mieter der Genossenschaft zeigt sie in den kommenden Wochen hier einige ihrer Bilder. Der Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg war an diesem Tag ebenfalls gekommen. Er lobte die Arbeit der AWG, die Betriebswirtschaft, Marktwirtschaft und soziale Belange vereint. Der Vorstandsvorsitzende Norbert Karsten hob bei der Begrüßung hervor, dass dieser Tag auch der Kommunikation dienen soll. Die Mitarbeiter wollen da sein und zuhören. Dafür boten die Mitgliedercafés im Rosenhof, im Treffpunkt Sonne sowie in der Geschäftsstelle eine gute Möglichkeit. Die Einnahmen vom Verkauf von Kaffee und Kuchen werden seit Jahren für einen guten Zweck weitergegeben. In diesem Jahr freute sich der Tierschutzverein über 300 Euro. Die Vorsitzende Carmen Lahl brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck. Wir sind da ganz, ganz toll glücklich drüber, auch dass wir heute noch mal ein bisschen mehr bekommen haben, weil wir haben schon wieder eine Stelle, wo wir wieder loslegen müssen mit Kastrationen und das kommt immer gut. Seit etwa einem Jahr gibt es eine Kooperation zwischen der AWG und dem Tierschutzverein. Darüber sind beide Seiten froh. Kultur spielte am Sonnabend eine große Rolle. Im Rosenhof erfreute der Güstrower Klaus-Jürgen Schlettwein mit plattdeutschen Liedern und zu manchem lustigen Wort die Zuhörer. Der Raum war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das zeigte, er war eine gute Wahl. Ebenso groß war das Interesse im Sonnenhof. Zuerst standen die Sänger des kleinen Chores im Treppenhaus und ließen ihre Lieder erklingen. Zahlreiche Bewohner hörten zu oder sangen mit. Danach füllten die Gäste den Raum der Begegnungsstätte Treffpunkt Sonne. Hier ließ Dagmar Frederik Hits erklingen, die so mancher Besucher sofort mitsingen konnte. Wein nicht um mich Argentinien oder ich könnte ohne die Liebe nicht leben, erinnerten an viele schöne Jahre, die sie mit ihrer Stimme bereicherte. Währenddessen erfuhren Interessierte im Stadtbüro der AWG in der Baustraße mehr über das aktuelle Bauvorhaben der Genossenschaft. In der Ringstraße 46 bis 49 sollen bis Ende August Umbauarbeiten erfolgen. Wir haben vor, in dem Gebäude, das insgesamt 40 Wohnungen hat, 30 Wohnungen zu sanieren und zu modernisieren. Es ist ja ein Gebäude, das seit seiner Entstehung jungfräulich geblieben ist. Da wollen wir also auf einen heutigen modernen Standard umbauen. Und wir haben darüber hinaus vor, dass wir einen Aufgang, die Nummer 46, zu 10 barrierefreien Wohnungen umbauen. Wir haben nur den einen Aufgang leergezogen, weil dort mit dem Einbau des Fahrstuhls, mit dem Anbau von Balkonen und dem kompletten Umbau der Bäder natürlich das im bewohnten Zustand nicht geht. Die Fenster wurden bereits vor einigen Jahren erneuert. Nun soll die Fassade gedämmt und das Heizungssystem sowie die Ver- und Entsorgungsleitungen auf den neuesten Stand gebracht werden. 2,2 Millionen Euro wird die Wohnungsgenossenschaft für dieses Projekt ausgeben. Die Arbeiten wurden bereits begonnen und sollen bis Ende August abgeschlossen sein. Das Interesse war recht groß. Ulrich Reimer hatte am Sonnabend viel zu erzählen. Erstmals beim Tag der offenen Tür wurde ein Streetcup ausgetragen. Hierzu hatten sich 11- bis 14-Jährige melden können. Etwa 50 Kinder spielten in acht Mannschaften um den Sieg. Luis Galle und Johann Gerstenberger waren auch dabei. Sie hatten sich viel vorgenommen. Ja, also es war sehr gut. Wir haben auch sehr gut gespielt. Wir haben jetzt auch die ersten zwei Spiele gewonnen und so müssen wir auch weitermachen. Unser Ziel ist erst in der Gruppe, also in der Staffel. Worauf es auf so einem kleinen Spielfeld ankommt, wissen sie genau. Da muss man Technik haben und passen, gut passen können und mit den Mitspielern gut zusammenspielen. Allerdings blieb ihnen der Sieg verwehrt. Den Pokal errangt schließlich die Mannschaft C wie Chaos. Doch letztlich zählt die Freude am Fußball ja auch schon. Und vielleicht können sie im nächsten Jahr eine Revanche starten. Denn dann wird die AWG zum 20. Tag der offenen Tür einladen und vielleicht gibt es einen solchen Streetcarp auch noch einmal.